Ein Feuer hat am Sonntagmorgen auf dem Campingplatz in Dransfeld mehrere Gasflaschen zur Explosion gebracht. Die Flammen und die Druckwelle richteten großen Schaden an. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Aber der Anbau liegt in Trümmern und auch die Gaststätte, Franks Piraterie, wurde stark beschädigt. Feuerwehrleute aus Dransfeld, Fahrlosen und Jünde waren schnell zur Stelle und verhinderten Schlimmeres. Die Explosion war so heftig, dass Trümmerteile bis ins benachbarte Freibad flogen. Trümmerteile liegen auch überall auf dem Spielplatz. Die Rutsche ist durch die Hitze geschmolzen. Mit Planen decken die Feuerwehrleute das beschädigte Dach des Restaurants ab. Drinnen war schon alles festlich geschmückt, aber das Weihnachtsessen hier wird ausfallen. Die Detonationen waren so laut, dass sie auch noch in den Nachbardörfern gehört wurden. Die Schadenshöhe konnte am Unglückstag noch nicht abgeschätzt werden. Nach dem ersten Schock überwog die Erleichterung darüber, dass keine Menschen zu Schaden gekommen waren. Die Schadenshöhe Die Schadenshohe Die Schadenshohe Die Schadenshöhe Die Schadenshöhe